Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Gas Station Simulator. Mein Hutständer ist wieder leer, meine Brillen sind doch ein bisschen vorhanden. Wo sind denn eigentlich meine Mitarbeiter? Der eine ruht sich aus und der andere reinigt. Okay, also muss ich die Kasse machen. Ah, okay. Okay, ja, jetzt so viel dazu. So, dann mal los, Leute. Oh, ich habe wieder jemanden in der Werkstatt. Habe ich den hochgebockt? Weiß das jemand? Dankeschön, bitteschön. Whatever, wartet mal, ich muss mal kurz gucken. Sir, ich komme gleich. Oder Madam? Madam, ich komme gleich. Bin gleich da, bin gleich da. Bin gleich da. So. Dann mal weiter hier. Wieso müssen sich Mitarbeiter eigentlich immer ausruhen, ha? Pausen sind doch total überbewertet. Arbeiter ist die Devise. Ja. Oh. Du hast aber einen sexy Ausschnitt. Nice. Ach, ja. Huch. Ihr mögt die Brillen, ne? Naja, ich meine, ich denke mal, hier an der Route 66 ist es auch richtig heiß. Na du, oh Gott. Ihr habt ja, habt ihr denselben schöner Chirurg? Was ist denn mal los hier? Ja. Sehe ich auch so, Baby. Sehe ich auch so. Neun Artikel. Junge, es gibt einen Supermarkt. Gleich um die Ecke. Oder einen Zeitungsplan. Ich bin heute wieder ein bisschen langsam. Aber ich muss auch dazu sagen, ich nehme die Folgen auch gerade ein bisschen täglich auf. Nicht wahr? So, wartet mal. Müll. Also ich produziere die gerade nicht vor. Wenn ich ehrlich bin. So. Müll, Müll, Müll. Du kommst da rein. So, ich muss unbedingt gleich in die Werkstatt. Damit ich den auch abgefrühstückt hab. Have a nice day. Oh, ich... Ja, die Karre ist cool. Nein, nein, nicht du. So. Bitteschön, 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 bitteschön. So. Mal gucken, was er jetzt möchte. So. Ein Reifen, ja? Ein Reifen? Sehe ich das richtig, Lady? Sehe ich das richtig? Ich hoffe, du hast jetzt nur ein Reifen. Ja, perfekto. Ne, das ist immer noch die falsche Tasse. Gut, 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 gut. Dann hätten wir das auch. Oh, ich hab gerade ein bisschen Ruhe. Was ist hier los? Okay, ähm, ich werd mal gucken, da ich ja die Let's Play-Folgen hier von RangeSim eigentlich nur so lange machen möchte, wie ich das hier freischalten kann. Wartet mal. Oh. Ja, komm, nehmen wir. Was? Ach so, ja. Sparkplugs? Okay. Was sind Sparkplugs? Äh, Platz? Ähm, was? Wartet mal. Ähm, Lieferung. Ich guck mal gleich bei Autoteile. Ach, Zündkerzen, natürlich. Oh, die sind gerade ein Angebot. Na denn? Kaufen wir mal gleich 10, ne? Oh, Reifen. 6. Okay, davon hab ich noch. Aber Autospiegel wären vielleicht nicht schlecht. Mach ich mal 9. Wie viel Geld hab ich denn überhaupt? Steht es hier irgendwo? Ach, du Scheiße, ehrlich jetzt? Gut, dann war's das wohl gewesen. Hi. Mit meiner Kohle. Ich meine, ich könnte mir auch einen Kredit aufnehmen, ne? So ist es nicht, aber... So, jetzt muss ich erst mal alleine arbeiten, ne? Weil ich hab meine Mitarbeiter noch nicht bezahlt. Und, ähm... Ich denke mal, vorher werden die auch nicht aufstehen. Schick'n Pullihaus da an. Also, ich werd' das Let's Play hier nur so lange machen, bis ich alles erreicht habe hier. Na, also alles freigeschaltet habe und so weiter und so fort. Und... Dann wird wieder was Neues gestartet. Beziehungsweise... Kommt ja hoffentlich auch bald bei Ranch Sim ja auch ein Update, oder? War das nicht so? Ende Oktober? Dann mach' ich natürlich auch das wieder. Dann schau' ich wieder mit euch zusammen rein. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Have a nice day! Ich kann's fast genauso schön sagen wie du. Wieder jemand in der Werkstatt. Ah! Acht Artikel, Lady. Ah, ne, du bist ein Herr jetzt, ne? Du bist ja der mit den geschickenen Pullover. Aber ich muss Geld verdienen. Ich hab' keine Kohle mehr. Jo, 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 jo. Wartet, ich bin gleich da, bin gleich da. Ich muss noch mal kurz jemanden hochbocken hier. Nicht jemanden, sondern etwas. Hi! So. Äh, einmal tanken. Wie viele hab' ich da noch? 400, okay. Geht, geht. Ein paar Autos kann ich damit noch befüllen. Oh, das war jetzt ein wenig zu viel. Verdammt. Boah, zieh dir mal was an, deine Hühnerbrust hier. Super! So, weiter geht's an die Kasse. Oh, meine Lieferung. Warte, warte. Ich mach' dich schnell noch. Ich mach' dich schnell noch. Warte, hier auch noch? So? Ja, 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 ja. Oh, mein Land ist tierisch dreckig. Scheißegal. 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 So. Einmal rein hier. Ja, Coyote. Mein Coyote ugly. So. Ey, meine Regale sind leer. Gibt's ja wohl nicht. Das will do. Das will do. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Du machst auch Überstunden, ne? Du bist auch immer der Gleiche. Naja. So ist das halt, ne? Wenn man ein Unternehmen führt. So. Jetzt geh' ich schnell in die, in die Werkstatt. Einmal in die Werkstatt. So. Hallo. Ich seh' schon, du hast Reifen. Achso, wartet mal. Wo war denn das jetzt hier? Place all. Ah, okay. Alles klar. Ich verstehe. Äh, Reifen, Reifen, Reifen. Da. Hat trotzdem funktioniert, oder? Wehe, wenn nicht. Wehe, wenn nicht. Autos reparieren muss ich nur noch fünf. Dann habe ich das auch erreicht. Das Ziel. Okay. Du hast offensichtlich noch mehr. Wartet. Ach, noch einen Reifen. Du hast jetzt nicht alle vier Reifen putt, oder, Junge? So. Er hat also noch irgendwas. Wahrscheinlich eine Zippkerze. Ich wette mit euch. Ne, noch einen Autoreifen. Okay. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Bist heute nur mit deinem einen Reifen hergefahren, hä? Mann, Mann, Mann. So, einmal gewechselt. Der hat immer noch was. Der macht dich fertig, der Typ. Okay, ähm. Ich wollte es eigentlich mal versuchen, ohne. Kratzer an der Tür. Kratzer an der Tür. So, oh, mega große Kratzer. So, einmal weg. Einmal weg. Das ist hier aber ein tieferer Kratzer. Oh. Bitteschön. Bitteschön, bitteschön, bitteschön. So. Einmal tanken, Jungs, Mädels. Kommt sofort, kommt sofort. Have a nice day. Ich habe schon wieder 770 Dollar verdient. Sehr schön. Komm, mach mal einen Boost hier. Ich muss irgendwie meinen Laden sauber machen. Geht ja mal gar nicht. So. Einmal da, einmal da. Ich sehe schon wieder nichts, weil... Sonne, Bildschirm, keine gute Kombi. Hier ist noch eins, ne? Und da auch? So, aber ich habe noch nicht alles sauber gemacht, weil irgendwie... Ach so, der Müll ist bestimmt noch voll, ne? Unter anderem. Äh, uno momento, Jungs. Uno momento. Uno momento. Okay, der ist wieder weg. Nehmen wir den. So, ich habe das komprimiert, ne? Komprimiert? Ach, egal. Ich habe aus 2 Müll 1 Müll gemacht. Sehr gerne. Was ist denn hier los? Vor allem würde mich mal interessieren, wo die alle herkommen, ne? Seid ihr alle auf der Durchreise? Oh, hier ist ein Cowboy. Der hat bestimmt den Hut bei mir gekauft. Sehr gerne, sehr gerne. Und meine Kombo ist schon bei 83. Kriege ich irgendwie Lob oder so? Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch irgendwie Waren habe für die Regale. Muss ich gleich mal gucken. Awesome. Ja, I know, I know, I know. So, weiter geht's. Schon wieder jemand in der Werkstatt. Wow. Einmal, genau. Komm. Noch schnell den Cowboy und dann muss ich Werkstatt. Dann muss ich Werkstatt. ein paar Auto Waschsachen hier. Jo, jo, jo. Ich bin sofort da. Ich bin sofort da. Quatsch. Ich habe nicht gesehen, wo der Eingang ist. So, hi. Bin sofort bei dir. Bin sofort bei dir. So. Der alltägliche Wahnsinn auf meiner Tanke. Nee, ich habe noch ein bisschen Benzin auf Vorrat. Awesome. Ich weiß, ich weiß. Hab ich mich wieder erschrocken? Ich habe jetzt wirklich gedacht, das Spiel hat wieder einen Abschluss gehabt. So. Level 7, meine Lieben. Wo, wo? Bin ich denn? So. Äh, äh. Jetzt bin ich außer Dingsbums, ne? Ihr wisst schon. So. Was hast du für ein Problem? Du hast Öl und Reifen. Gut, dann machen wir erstmal Reifen. Oh Gott, ich muss Reifen bestellen. Ich muss Reifen bestellen, meine Lieben. So. Wartet, wartet, wartet. Immer gleich für Ordnung sorgen. So. Und jetzt hast du Zündker... Äh, Quatsch, Öl. Das Auto ist mir eindeutig zu hoch. Sehr gut. Ich weiß. Ich bin die Beste. Äh. Es war schon Ewigkeiten... Es ist seit Ewigkeiten kein Bulle mehr da, ne? Wie viel Geld? Wie viel Geld do I owe you? Yo, 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 yo. Ähm, wenn man von Teufel spricht. Wenn man von Teufel spricht. So, schnell mal hier wieder, ne? Die Stinkis hier wegmachen. Okay, da ist nichts. So, wartet mal. Ich muss mal ganz kurz hier meine Regale mal nachfüllen, sofern ich überhaupt noch was habe. Okay, keine Produkte mehr. Das war irgendwie klar. Hier habe ich, glaube ich, auch nichts mehr. Nein. Oh, oh, das ist bitter. Das ist bitter. Dann machen wir mal hier Place All. Place All. Place All. So. Place 5, Place 5, Place All. Okay. So, dann habe ich... Oh Gott, keine Produkte. Place 5, Place 5, Place 5. Es tut mir leid, meine lieben Kunden. Ich habe nicht mehr viel anzugießen. Ja, danke, danke. So, warte mal. Ich gehe mal kurz tanken hier. Ja, ja, ja. So, ich muss unbedingt meine Mitarbeiter bezahlen, falls der Bus kommt, ne? So, Jungs, Mädels, Uno Momento. Ich muss mich mal kurz um meine Angestellten kümmern. Riccardo. Alles bezahlen. Sehr schön. Zurück. Sprechen. Andrew, habe ich schon bezahlt, ja? Wartet mal kurz. Ich gucke lieber nochmal. Andrew, dich habe ich bezahlt, ja? Nee. Alles bezahlen. 27 Dollar. Wozu denn? Ich gucke nochmal hier. Sicherheitshalber. Ja, hier habe ich alles. Okay, schließen. Wunderbar. Dann habe ich das wenigstens schon mal hinter mir. Oh, Werkstatt. Wartet mal. Ah. So. Ich komme sofort. Ich komme sofort. Ich muss mal die Toilette sauber machen. So, mach mal dich weg hier. Genau. Du auch. Sehr schön, sehr schön. So. Mein Laden sieht auch aus wie Sau. Ähm. Genau, genau. So. Ja, ich weiß, ich weiß. So, wartet mal. Erst mal tanken hier. So, einmal hier. Have a nice day. Du auch. Verhafte nicht zu viel. So. Ich nenne noch eine Kasse hier. Da ist mein Schwamm. Am Arsch der Welt. Ja, sehr gerne. Du brauchst ein bisschen Lesestoff, ne? So einsam und alleine im Auto zu sitzen und darauf zu warten, dass Geschwindigkeitsüberschreitungen vonstatten gehen hier, ne? kostet zu viel Sitzfleisch. Have a nice day. Have a nice day. So. Und noch ein leckeres Eis. Lass es dir schmecken. Lass es dir schmecken, mein Guter. So. Dann machen wir den noch. Und dann mache ich noch die eine Werkstatt und dann war es das auch wieder für heute, meine Lieben. Nein. Wow. Die Kombo. Die Kombo hätte ich fast versaut. Oh Gott. So. Du bist jetzt aber hoffentlich hier die Letzte. Mit deinen fünf Artikeln. Huch. So. Wartet mal. Jetzt gucke ich mal ganz kurz, ob ich meine Gas Station... Ne, die kann ich noch nicht auf Level 4 machen. Okay. Workshop auch nicht. Kann ich auch nicht erhöhen. Alles klar. Und das kann ich auch noch nicht erhöhen. Super. Okay. Hätte ja sein können. Hätte ja sein können. So. Dann mache ich jetzt, wie gesagt, noch schnell Imschen hier. So. Was haben wir denn für ein Problem? Öl, ja? Äh, da. Gut. Klar. Kein Problem. Kein Problem. So. Alles klärchen. Dann, meine Lieben, war es das für heute. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir haben heute wenigstens noch ein bisschen hier, ne, meine Werkstatt erweitert. Und in der nächsten Folge geht es dann genau hier weiter. Ich nehme mal an, dass dann auch wieder der Bus kommen wird. Vielleicht schaffe ich es ja noch irgendwas zu bestellen. Zwischen den Folgen von heute und morgen. Oder wir machen das zusammen. Mal gucken. So, ein bisschen sauber machen hier noch. Hier sieht es ja aus wie... Ja, ich weiß, ich habe keine Waren mehr. Fregt euch ab, dann geht doch woanders hin. So. Gut. Also, vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bye.